Hallo, Servus, ich bin der Leo Hillinger Junior und darf euch heute den Wein des Monats vorstellen, unseren Hillside White. Das ist jetzt wirklich was ganz besonderes. Wir haben da jetzt drin 70% Grauburgunder, dann je 15% Chardonnay und gelber Muscatella. Wenn ihr da mal rein riecht, das ist jetzt wirklich was sehr exotisches. Da haben wir wirklich reife Mango drin, Ananas, bisschen Banane noch dazu. Aber ist wirklich jetzt für den Sommer sehr fruchtig zum trinken und auch sehr gut. Jetzt zu einem guten Roastbeef oder einem guten Ripperl. Sehr gut, sehr guter Speisebegleiter dazu. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Wein. Euer Leo Hillinger Junior.